Rohrinstallationen im Industrie- und Anlagenbau müssen besonders hohen Belastungen standhalten. Einen sicheren und stabilen Rohrleitungsfestpunkt bietet der Stato-Konsolenbausatz von Mypro. Für besonders hohe Lasten kann er in Serienschaltung montiert und mit bis zu drei Festpunkten bestückt werden, stufenlos Höhen- und Neigungsverstellbar. Temperaturbedingte Längenänderungen der Rohre lässt der Rohrleitungslospunkt zu. Der Mypro Rohrschlitten-Typ TP2 mit zwei Schellen nimmt die Bewegungen des Rohrs kontrolliert auf und gibt sie an den Dehnungskompensator weiter. Die Montage der Mypro-Systembauteile erfordert nur wenige Handgriffe. Durch einfaches Justieren lassen sie sich optimal positionieren. Die Seitenführung sowie die Abhebesicherung des Rohrschlittens verhindern ein Abknicken oder Verdrehen der Rohrleitung. Mypro-Befestigungstechnik für den schweren Rohrleitungsbau bietet vielfältige Anwendungsmöglichkeiten und kann exakt auf die individuelle Einbausituation abgestimmt werden. Für eine lange Lebensdauer und maximale Funktionalität. Das kann man nicht mehr angeht wie das ist. Das kann man nicht mehr an comer- undовen. Untertitelung des ZDF, 2020